Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Splatoon mit Balooie. Ich bin Balooie. Hallo, willkommen zu dieser Folge Splatoon. Ich habe gehört, ich höre nicht auf Miri, weil Miri mich hasst. Ich bin mit Alpha Kip in einem Team, aber du bist mit Carrie Hopper. Carrie on my hopper. Geht das nicht so? Ja, doch. Warum gibt das denn so wenig Punkte, wenn man hier alles einmordet, einnordet? Ein was? Einnordet, alles bunt macht. Das ist einfach nicht nett. Weißt du was? Das ist ja, wenn ich sonst die Schusswahl benutze, kriege ich ohne Ende Punkte. Aber hier kommt einfach nix. Warum nix? Kollege, ich will ja nichts sagen, aber da ist Miri. Überraschung! Nee, lass mich nicht überraschen. Mist. Das ist nur, weil deine Waffe weiterreicht, das ist meine. Und weil du dahinter entstandest und ich wusste, dass ich dich nicht erwischt habe, also musste ich, wusste ich ja, dass du früher oder später auch... Ah, sind wir jetzt hochintelligent neuerdings, oder was? Naja, dafür brauchst du nicht hochintelligent zu sein. Nur intelligenter als du. Du bist ein Arsch. Ja, ich weiß. Wollte ich nur gesagt haben. Dankeschön. Irgendwer hat mir eine Bombe ins Gesicht geworfen. Wieso heißt der eigentlich Blue und macht alles grün? Das ist mir gut. Das kann ich dir nicht sagen. Wo ist der Miri? Wo ist der Miri? Ich suche der Miri. Das ist mir eine Miri. Warum suchst du mir? Weil du es verdient hast zu sterben. Hallo Freunde und tschüss. Bats! Das Dumme ist, wir sind alle nicht... Nein. Doch. Nein, das war Carrie Hooper, der von hinten kam und wir sind alle da im AOE ausgewichen. Das tut mir sehr leid für dich. Ja gut, aber Double ist Double. Mir egal wie oder auf welche Art und Weise. Ja, dann ist doch ein Carrie Hooper. Mir doch egal, welche Hupen das waren. Du warst das jedenfalls nicht. Mir auch egal. Ich werde jetzt hier jemanden töten. Wir haben dich zu dritt gefühlt. Immerhin war ich da dran. Das war traurig. Ja. Ja, wo kommt denn der Irre her? Oh nein, mein ganzes Team ist tot. Und ich bock mich da hin. Das ist so dumm. Nein, 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 nein. Wieso hat der mich eher getötet, als ich ihn? Auf nimmer nimmer wieder. Nicht nimmer nimmer wieder, nee. Auf nimmer nimmer wieder. Und wieso ist hier bei uns noch nicht alles grün? Ja, ja, so grün, 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 Blüten, zieh. Nee, das ist echt richtig. Achtung, Miri ist an der Kugel. Rette sich, wer kann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, grüner Freund. Geh sterben. Geh nicht verbuddeln, Mann. Oh Mann! Wie hast du mich entdeckt? Das ist schwierig, weil ich wusste, dass du auf mich wartest. Nee, hab ich nicht. Doch, hast du. Ein bisschen. Du hast dich in der Pfütze verkämpft. Ich glaube, wir haben trotzdem verloren. Hoffentlich. Nein! Ich glaube, sehr traurig. Oh, nein. Ich glaube, ich weiß es nicht. Oh, das konnte knapp sein. Aber ich habe bei euch nicht so viel eingefärbt. Oh. Oh, yes. Oh, ich müsste die Kopfhörer vom Kopf befassen. Ganz knapp. Aber das war es mit der heutigen Vor... Nee, doch nicht. Wie, das war jetzt die erste Runde. Aber okay, Leute, das war es. Ich war die Beste aus meinem Team. Ja, gut. Ja, bist stolz drauf oder so? Nee, ich bin ständig exaktiert. Ich will es auch noch ein bisschen angeben, aber ich war die Beste aus meinem Team. Ja, blablabla. Blablabla. Ich bin Level 10. Wow. Bist du neidisch auf mich? Nein. Ah. Ist es noch lang? Aber hier fehlt schon wieder einer. Wie einer? Ach so, ja. Ein bisschen. Das ist das Schlimmste. Man wartet immer auf den letzten. Ich habe letztens fünf Minuten auf einen gewartet. Ah. Das ist halt nicht okay eigentlich. Carry on my way. Und wieder der Gerätenkanal. Sind wir in einem Team? Nee, wir waren letztes Mal zweimal in einem Team. Da wird das heute nicht passieren. Fies. Flo Swag Dollar Zeichen. Wow. Ja, ich bin schon gespannt, ob wir hier mit gewinnen oder nicht. Mit wem ich nicht spiele. Also Leute, denkt dran. Wenn man sich einen Namen ausruft, hält man die für sein Leben. Also macht keine Scheiße. Bitte nehmt nicht Flo Swag Dollar Zeichen. Wie ist das eigentlich? Lädt man seine Titte schneller auf, wenn man sich bewegt bei Muttertauchen oder nicht? Ich glaube, das war früher mal so. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich kann einfach fix stehen bleiben. Aber ich scheißegal. Joa, dann machen wir einfach alles ein bisschen lila hier. Lila Fahrrad. Lila Straße. Lila alles. Es wird alles lila. Lila. Guten Tag und tschüss. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ha! Habe ich den Gary Hopper auch noch getötet. Ha! 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 Okay, das war gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal hier vorne ein bisschen Sachen bunt. Weil irgendwie ist das ganz schön kacke, wenn unser Spawn nicht angemalt ist. Und ich glaube, ich zähle zu den Charakteren, die malen müssen. Blablabla und die nicht so viel PvP machen müssen. Oh, ne, da geht mir meine Farbrolle leer. So, hier noch ein bisschen Farbe und hier und hier und hier und wie so eine grüne Farbe. Die hat hier mal absolut nichts verloren. Hier oben, guckt euch das an. Oh nein. Kollege, rich. So und nicht weiter. Nein, fies. Oh Mann, ich hätte nicht warten sollen. Aber das war so dumm. Was ist passiert? Ich habe gecampt und der Typ ist nicht runtergekommen, der Penner. Du hast, was? Der Gary Hooper ist die ganze Zeit da an einer Stelle und wartet nur. Gecampt. Ja, der nervt halt. Oh, du nervt. Egal, fuck hier. Alter, wieso ist denn das Ultima jetzt so stark? Wieso kämpft, macht denn keiner was gegen diesen Assi da? Das tut mir natürlich leid. Auch wenn es von meinem Team natürlich gut ist. Aber wenn einer kämpft, ist das immer scheiße. Alter, Kipp. Ich hasse dich. Ich habe ihn jetzt tot gemacht, den Pisser. Der hat die ganze Zeit nur gewartet, dass man hierher rennt und dann alle umgenietet. Ja, das ist assi. Wenn die in der Ecke sitzen, in der Pfütze und dann... Ja, aber bei uns hier vor allem direkt vor der Base. Das Schlimmste daran. Kriege ich eigentlich auch schon Schaden, wenn ich nur das berühre von... Dieses grüne berühre. Oh nein, da ist er schon wieder. Verpiss dich, Kollege. Hey, ist das... Oh nein, das bist du. Das ist nicht der andere Typ. Nein. Verpiss dich auch. Ich bin Miri, keine Sorge, ich kämpfe nicht. Ich bin ganz offen hier in eurer Base. Ja gut, wir haben verloren. Okay, GG. Mist. Boah. Was habt ihr denn da hinten gemacht? Siehst du da oben rechts bei unserem Spawn? Ja, richtig. Was habt ihr denn da hinten gemacht? Da ist ja gar nichts. Hatten wir einen Alf Kader vielleicht? Vielleicht Swo Flage gone? Ja. Kommen wir fast so vor. Flos. Natürlich mit so einem Namen lässt man natürlich sein Team im Stich. Ganz toll. Stufe 11. Juii. Ja. Cool. Glückwunsch. Boah, das dauert so lange zum Level, ne? Ehrlich. Ja, krass. Ich weiß nicht, wie die Leute Level 40 sind. Müssen die nicht arbeiten oder zur Schule? Ja, echt? Oder was essen? Vielleicht, wenn man das Spiel von Anfang an gespielt hat und nicht erst vor einem Monat angefangen hat oder in einem Halben, so wie wir. Oh, Mann. Über. Noch einer fehlt. Komm schon. Miet, miet, miet. Miet, miet, miet. Oh nein, ich habe keine Katze gerufen. Nicht? Rude. Vielleicht sind wir in einem Team. Komm schon. Bitte. Bitte, 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 bitte. Mitten in die Mitte. Nur einmal. Heute. Ja. Bisher waren wir kein Kampf. Doch. Nee. In der ersten Runde waren wir zwei Kämpfe zusammen. Oh, ja. Ja. Groot. Wir haben Groot. Groot. Und Jenny online. Und wir spielen gegen ihn. I've got no Groot. Nee. Ich habe Farbe und ich werde sie brauchen. Alles gelb machen. Senf. Senf farbend, würde ich eher sagen. Nee, Senf hat nicht so ein komisches Gehirn. Was? Ja, gut, stimmt. Senf ist bräunlich, ja. Ja, ja, du hast recht. Wobei, ich habe auch schon mal solchen Senf gesehen. Ich mag es hinter Sachen zu rollen. Oh, da ist übrigens ein Riesenstahl. Wie rollst du denn jetzt? Was? Wie du rollst. In meiner Kugel. Ach so. Wow. Was war denn das? Rolle, 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 Rolle. Was ist denn ein Splatling? Ach du meine Güte. Wie ein Splatling? Oh nein, da oben ist einer mit einem MG. Auf dem Turm. Oh, Assi. Geh da runter. Niemand mag dich. Na gut, dann kriegt er jetzt ein Aue ins Gesicht. Er ist gegangen. Er sitzt immer noch auf dem Turm. Ich habe ihn getötet. Okay. Hier unten ist übrigens ein anderer. Ich habe ihn auch getötet. Ja, ich bleibe jetzt auch hier oben und mache die ganze Zeit noch. Da wird man halt, wenn man in Tinte ist. Es regnet. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gelesen. Das ist cool. Dieser Regen, ne? Der finde ich richtig nervig. Los, verpisst euch alle. Das hier ist mein Platz. Hier ist camp ich jetzt. Wie du campst. Campst. Camp. Campst. Du kannst mir sprechen. Camp Deluxe mit Baloui. Da ist die ein Inkling. So, das ist tot. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Hallo, Miri. Ich bin Baloui. Lass uns das mit mir Geld machen. Nur keine Farbe mehr. Ich bewache den Durchgang. Okay, kommt keiner. Toll. Toll bewacht. Ja. Wagen kann ich auch, wenn keiner kommt. Okay, da kommt aber jetzt einer. Wo, wo? Kommt doch nicht. Da ist nur einer gestorben. Tschüss. Ich bin gestorben. Du hast nicht auf mich aufgepasst. Der Typ da mit seiner Talone, ne? Dieser Fehler. Was hat denn der da? Was ist das für eine Waffe? Voll übertrieben. Der da mit seiner Uzi? Ja. Ja, aber nützt ihm ja auch nix. Was ist denn los da? Er hat mich jetzt schon zweimal gekillt. Also so schlecht ist der jetzt nix, wie gesagt. Oh. Wo saß denn der? In welcher Pfütze? Hey, hey, hey. I've got no Groot. Au, au. Shit, Mann. Das war, ey, du weißt, dass mein Bruder so heißt. Nicht so böse. Wir sind keine Freunde. Das ist sehr verwirrend, wenn du seinen Namen so aussprichst. Er hat mich jetzt schon dreimal gekillt. Einfach so. Wahrscheinlich verdient, würde ich sagen. Nein, fies. Ach, Mann. Hat er dich jetzt auch mal gekillt? Joshua hat mich getötet, aber ich habe hier vorher einen Doppelkill gemacht. Da waren drei und ich bin da einfach rein. Habe das gar nicht mitgekriegt. Los. Flieg und Sieg. Oh, da sitzt schon wieder einer oben auf dem Turm. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ich will nicht noch sterben. Das könnte knapp gewesen sein. Nee, nee, ist nicht knapp. Kein bisschen knapp. Oh, guck mal, wie knapp das war. Guck mal, die haben da hinten richtig ein Loch gelassen beim Eintärmen. Gut. Gerade ist so geworden. Ja, wir haben gewonnen. Okay, ihr Lieben, das war es mit der heutigen... Warte, das ist deine Folge. Das war es mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei uns beiden vorbei. Sechs Skills, yes. Ich war die Beste. Und ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bleib schön feurig. Und bleib schön feurig. Und tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017